Die Deportation und Ermordung europäischer Juden begann spätestens nach dem Angriff auf die Sowjetunion im Sommer 1941. Ihre Umsetzung verlief zu Beginn noch unorganisiert. Dies änderte sich mit der Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942. Ziel der Wannsee-Konferenz war die Koordination der systematischen Deportation und Ermordung der europäischen Juden, deren Anzahl im Protokoll mit rund 11 Millionen beziffert wurde. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Tötet sie alle! 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 Tötet sie alle!